Hilliard auf der anderen Seite kann durchaus übernehmen. So, Hilliard übernimmt und auch das habe ich unterschrieben, dass da eigentlich von ihm mehr kommen muss. Und er kommt jetzt ganz gerettlich hier auf den Sieg. Auch ein bisschen, komm nicht zu schnell zurück und Hilliard mit dem Dreier und dem Foul.